Ja, grüß euch, schon vom Buschmatte-Kanal und heute mit einem besonders freudigen Video. Daher dranbleiben! Vor kurzem habe ich ein Video gemacht zum Thema Zunder und Zunderboxen und da habe ich auch mein erstes Giveaway ausgelobt und tatsächlich gab es zwei Videoantworten, da freue ich mich ganz doll drüber, ganz herzlichen Dank dafür. Und zu gewinnen gibt es drei Zunderboxen. Bei drei Zunderboxen und zwei Videoantworten, wer gewinnt da bloß? Ich glaube, der Outdoor-Drache gewinnt zwei Zunderboxen und der Bären hat eine. Herzlichen Glückwunsch euch zwei und vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. Und dann darf ich heute mit euch gleich noch was ganz Tolles teilen, worüber ich mich wirklich, wirklich machtig frei. Und zwar habe ich am Mittwoch auf mein Handy geschaut und dann war da eine Nachricht von YouTube und es hieß, herzlichen Glückwunsch Buschmatte, dein Kanal hat 100 Abonnenten. Wow, 100 Abonnenten. Finde ich toll, finde ich richtig Hammer. Ganz, ganz herzlichen Dank an euch alle und ja, was soll ich sagen, hat mich wirklich beeindruckt und macht mich ganz glücklich, in welch kurzer Zeit ich schon so viele Menschen jetzt mit meinen Videos erreichen durfte. Und klar, da möchte ich natürlich auch ein neues Giveaway dazu starten. Die Preise seht ihr hier. Als ersten Preis lobe ich aus dieses CRKT Eaton Tool. Ich habe das selber immer an meinem Schlüsselbund dorten. Ist aus hervorragendem CRKT Stahl. CRKT ist ja für seine Messer bekannt. Als zweiten Preis eine Dose Universal Zündhölzer, die also auch bei Sturm funktionieren. Und als dritten Preis einen Patch mit hinten Klettfläche, mit einem roten Kreuz drauf, damit man weiß, wo im Rucksack man sein Verbandsmaterial drin hat. Okay, und was müsst ihr dafür tun, um das gewinnen zu können? Erstellt eine Videoantwort mit dem Zitat eines eurer Buschkraft- oder Survival-Vorbilder aus der Literatur, Film oder Fernsehen. Und dann nehmt ihr an der Auslosung teil. Mein Lieblingszitat im Moment ist das von Stefan von Survival Deutschland. Halt es einfach und sei effektiv. Das beschäftigt mich im Moment, wenn ich rausgehe und daran arbeite ich. Zeit habt ihr bis zum 15. September. Ich freue mich, wenn ihr da dabei seid und bin schon auf eure Zitate gespannt. Herzlichen Dank, dass du dieses Jubiläumsvideo von mir angeschaut hast. Abonnieren nicht vergessen und viel Glück, falls du bei dem Giveaway mitmachst. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Schon auf dem Buschmatte-Kanal. Servus! Musik 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 Musik